hallo und herzlich willkommen zurück zu ghostwire tokyo mir fällt gerade ein vielleicht kann ich hier eine rolle klopapier klauen für den geist das hört sich an wie der geist bei calling das geräusch gerade guck mal mit zeitung ich kann es leider nicht lesen was da drauf steht ich weiß ich sollte das mädel suchen das namen schwer vergessen habe ach ja ich bin voll und brauchte eine telefonzelle aber die freuen sich die freuen sich ein ast darüber dass sie den strudel machen dürfen dann lasse ich sie auch so war hier die andere treppe oder lauf ich jetzt die gleiche treppe noch mal runter ich habe jetzt ich glaube zwei wochen nicht gespielt deswegen ist die gleiche treppe aber da ist ein hinweis den ich jetzt erst sehe memo rolltore das sicherheitsbüro im dritten stock waren nicht in der lage den grund für die funktionsstörungen der rolltore zu finden falls das problem wieder auftritt benutzen sie für das erste die stärkonsolen zum öffnen der tore kai öffnen wir lesen keines kleinen vorteil it be oder it by je nachdem oder was für mich nein immer den kabel nach irgendwo ist eine steuerkonsole schon klar habe ich verstanden da ist was für mich ich habe die falsche taste gedrückt im sorry sicherheitsbericht ich beobachte hier immer wieder seltsame dinge aber nur am tagen an denen im zweiten stock bauarbeiten stattfinden vielleicht sind sie bauarbeiter mittlerweile streikt hier auch manchmal die ausrüstung ich denke das problem muss irgendwie mit den bauarbeiten zusammenhängen aber sowas von so das ist gut fürs erste ich wünschte ich könnte irgendwas davon lesen und die kodierung würde nicht ständig spinnen wenn ich dieses spiel anfange krieg dich ein kriegst du dich jetzt wohl ein ich möchte nicht ständig standbilder schon klar warum es kein das war der staubsauger keiner guckt da ist noch ein formular da ist ein baum kann ich aber nicht lesen ok ja ich muss noch irgendwie hinkommen irgendjemand ohne fahrschein nein das krieg ich auch so auf was ist das youtube was steht da toy notch verschwundene von maru nochi eine von kk verfasste bericht ja firmen events im september ah wir haben also september geburtstagsfeier im september geburtstag in diesem monat oyama kibara hasato smith nanahara hamai harada bitte bringt euer eigenes essen mit unser monatlicher koch unser monatlicher koch wird wieder statt im september erhält der gewinner des coo preises zusätzlich 10.000 yen das ist aber nicht viel 10.000 yen ich kann das jetzt nicht umrechnen ich kann das leider nicht ich wusste mal wie der kurs von yen aussieht aber ich weiß es einfach nicht mehr m baum ich würde dich gerne erledigen würdest du das wohl zulassen hm hm ich hab die falsche taste gedrückt I'm sorry ein memo an mich selbst e mail passwort vier kreuze anmelde url für arbeit http passwort authentifizierung zap oh vielen dank drefarbe gedanko wand 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 ja was ist das für eine eigenartige wand ein yukai thank you ja er war anscheinend die ganze zeit schon hier stimmt wohl ich hab die falsche taste gedrückt so kann ich von hier ja kann ich durchs fenster es ist alles verschwommen ich wünschte ich könnte ähm du was hast du hast du hast du hast du hast du hast Doch, das ist sowas von schlecht. Wo bist du, du blöde Kuh? Einer mit Regenschämen ist da noch. Oh, ein großer. Komm her, du blöde Kuh. Ich wusste, es geht nicht mit rechten Dingen zu, dass es auf einmal so dunkel war. Ich brauche immer noch ein Telefon, ich weiß, es tut mir so leid. Ich weiß, es tut mir leid, ich bin ein schrecklicher Mensch, ich weiß. Tiefkühle. Ich kann nichts sehen, ich kann nichts hören, ist wohl besser so. Glaub mir, ist besser. Noch mehr ohne Vorschein? Rinko, so heißt sie. Ha! Als hätte ich es gewusst, dass Windows und will ein Update haben. Weil ich vorhin sagte, dass mein PC will spinnen, muss der will Windows wieder bestimmt ein Update haben. Ich hatte recht behalten. Ich weiß, ich kann euch nicht helfen. Ja, hier ist niemand, I know. Ich dachte, das ist ein Medikit. Ist das die andere Seite? Ja. Ja. Aber ich muss da hin, richtig? Nicht hängen bleiben. Juhu! Siehst du mich? Entschuldigung. Kanada und ich bin auch gleich weg. Da brennt schon wieder rotes Licht. Das kann nichts Gutes bedeuten. Richtig. Willst du hier nochmal hard auf hard kommen? Schon wieder eine Toilette? Kann ich hier... Ja, ich weiß. Seltsame Geräusche hinter der Tür. Ja, der Typ ist verschwunden. Oder meinst du das im Park? Der ist ein Scheißgeist. Auch interessant. Woher ist das nochmal? Ich will da nicht rein. Das gibt doch wer im Bossfight. Oder ich muss wieder Dings suchen. Ach, das war bei... Ähm... Observer. Jetzt weiß ich's wieder. Nein, ich hab die falsche Taste gedrückt. Gut. So, jetzt aber. Schon erledigt. Ich war nicht schnell genug, richtig? Oder er war der Auslöser? Nee. Mir scheint, war er nicht der Auslöser. Ja. Zeitungen wollen mich nicht durch die Türen lassen. Schon klar. Absorber lässt wirklich grüßen. Du tust mir nix. Ich tu dir nix. Verstanden? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe! Sehr schön. Sehr schön. Ein großer Bereich. Hier kann ich doch wieder angegriffen werden. Was ist das denn? Oder wer ist das? Hoch. Wer bist du? Ein Köder-Talisman. Okay. Freund oder Feind? Ist hier die Frage. Bist du der mit der Hanya-Maske? Oder bist du, äh... Rinko? Hieß du Rinko? Oh, ich hab deinen Namen schon wieder vergessen. Es tut mir schrecklich leid. Ich kann mir doch so guten Namen merken. Katze ihn. Ja, du bist es. Auch nicht mehr unter den lebenden Toten. Also du bist unter dem Toten. Ja, du bist. Oh, nein. Ärgere ich mich gerade, dass... die Katzen... Äh... Ähm... Das ist... Die Kodierung. Spannend. Da sind noch mehr. Ich sehe euch. Ach, nö. Komm. Uah! Nein, 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 nein. Ich werde gleich sterben. Ich werde gleich sterben. Ich werde gleich sterben. Gib mir deine Kraft mal ein bisschen. Deine auch. Noch jemand ohne Fahrschein? Das war's noch nicht, richtig? Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Hallo? Hab ich nichts mehr zum Heilen, oder was? Kann mich hier momentan nicht heilen, richtig? Jetzt wieder. Ach, fick dich! Ja, war ja zu schön, um wahr zu sein. Scheśnie. Jetzt geschafft... Ach, was du? Ach, was du beat'一个? Ich hab ich nicht in einer Person? Ich hab ich einen муж gesagt. Es hat ein finde Das war's für heute. Das war's für heute. Bitte, bitte. Nach langem hin und her haben wir es endlich geschafft. Mann! Haben wir noch hier was für mich? Zum Beispiel wieder zum Auffüllen. Wow! Der hat der Große mich aufgeregt. Nichts wie raus hier. Können wir jetzt raus hier? Und kein Großer kommt mehr, bitte. Da kommen wir nicht durch, gut. Dann gehen wir da durch. Jetzt können wir endlich euch wieder mitnehmen. Juhu! Das gibt doch Freude. Entschuldigung an die Leute da oben, die ich nicht mitnehmen konnte. Na, vielleicht? Ne. Treppe hoch geht leider nicht. Das tut mir leid. Ich sagte, geht nicht. So. Jetzt keinen Kampf mehr, bitte. Ja? Sind wir? Ja? 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 Ja?